Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mal wieder mit für einen neuen V-Log. Wir sind unterwegs bei zwei unserer Partner, jetzt gerade hier in Zwickau bei ELOS Spedition. Da machen wir nämlich Aufnahmen, also Bilder, Videos, Fliegen mit der Drohne, schauen uns mal den ganzen Betriebshof an und gucken uns einfach gleich mal, was wir noch an Fahraufnahmen machen können. Wir haben auch schon Interviews mit den Mitarbeitern, einfach den Kraftfahrern, direkt in der Kabine geführt, weil wir hier eine neue Karriere und Webseite erstellen. Und damit wir einfach einen guten Eindruck bekommen und auch mal wirklich authentisch eben das Unternehmen, die Spedition so darstellen können, wie sie ist, mit echten Mitarbeitern, mit echten Mitarbeiterbildern. Das ist nämlich immer ganz, ganz wichtig. Deswegen sind wir heute vor Ort, machen ein paar Aufnahmen, haben auch schon mit Thomas gesprochen. War super cool, mir gefällt es hier richtig gut. Ich bin gespannt, was wir heute noch so erleben und da nehme ich euch einfach mal mit. Also viel Spaß beim Video und ganz im Anschluss gehen wir nämlich noch zur TML-Spedition, und machen mal eine kleine Reise nach Leipzig. Wird ein cooler Tag, ich freue mich. Bis gleich. So 일단. So Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir haben es geschafft, wir haben die ersten Aufnahmen bei ELOS fertiggestellt, sitzen jetzt schon im Auto, sicherlich habt ihr schon die ein oder andere Sequenz gesehen, war richtig cool, wir haben starke Fahrerinterviews gemacht, das hat richtig Spaß gemacht, dann mit den Fahrern mal persönlich sprechen zu können, ist auch immer sehr, sehr wichtig und auch gerade dann auch mal hinter der Kamera so ein bisschen die Spedition und alle kennenlernen, das macht immer sehr viel Spaß, direkt auch vor Ort dann natürlich bei unseren Partnern zu sein und ja, da sind richtig geile Aufnahmen bei rumgekommen Und jetzt geht es weiter für uns, wir fahren nach Leipzig zu unserem Partner TML und genau, da machen wir auch Foto, Video Aufnahmen, dort aber hauptsächlich für das ganze Thema Mitarbeitergewinnung, Kraftfahrergewinnung und da nehmen wir euch auch wieder mit, paar Sequenzen kriegt ihr zu sehen, vielleicht können wir noch die ein oder andere Stimme einfangen und dann sehen wir uns gleich vor Ort in Leipzig Ich stehe hier heute bei TML mit Peter, Inhaber und Geschäftsführer von TML Und wir waren heute hier, haben ein paar Fotos und Aufnahmen gemacht, auch mit der Drohne, für unsere Kampagnen, für eure Webseite, genau und da wollte ich einfach mal sagen, stell dich doch vielleicht kurz vor, wie seid ihr auf uns gekommen? Ja, mein Name ist Peter, ich bin einer der Inhaber und Geschäftsführer der TML Spedition aus Leipzig, mache das gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, mit dem Herrn Jens Tennert Ja, wir sind auf das Unternehmen Sanol Media über eine Broschüre aufmerksam geworden, das hat gerade gepasst, weil wir auf der Suche nach frischem neuen Personal waren und haben uns entschieden, mal den Kontakt aufzunehmen, das hat alles prima geklappt Wir fühlen uns sehr wohl mit der Zusammenarbeit mit dem Haus Sanol Media, das ist ein sehr professionelles Arbeiten, ein zuverlässiges Arbeiten Es hat auch schon Früchte getragen, wir haben bereits neue Mitarbeiter rekrutieren können, also ich kann nur sagen, wir sind rundum zufrieden, Lukas Okay, danke dir Peter, genau, Jens dürfen wir nicht vergessen, da erstmal noch liebe Grüße und ihr sucht ja auch nicht nur Kraftfahrer, sondern auch immer wieder Unterstützung im Büro, in der Disposition Und ja, wenn das auch für euch interessant ist, dann könnt ihr gerne auch mal auf www.sanol-media.de vorbeischauen oder fragt euch unsere Broschüre an und dann können wir euch sicherlich auch weiterhelfen Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!